Hallöchen, ihr Banausen da draußen und haben ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde B. Happy. So, ich habe mir eine Liste rausgesucht, die ich jetzt mal eben öffne. Und zwar steht da drin, was ich alles brauche. Ich brauche zum Beispiel Kohle. So, ich brauche zum Beispiel Kohle. Denn da steht auch die Reihenfolge. Zack, da haben wir nämlich jetzt nie Potenzia eigentlich gekriegt. Ja, Potenzia war ja auch. Da brauchen wir einen Grasblock, aber einen Grasblock haben wir leider nicht. Den normalen Dirt haben wir ja schon. Grasblock kriegen wir glaube ich auch gerade nicht hin, oder? Da würden wir hörbar kriegen. Grasblock kriegen wir aber nicht. Doch, kriegen wir wohl. Wir haben noch, haben wir nicht die Pasture Seeds? Haben wir nicht davon welche gekriegt? Ja, Sieger. Sehr gut. Und außerdem haben wir noch. Haben wir nicht schon Gras gemacht da hinten irgendwo? Nö. Okay, dann machen wir halt hier. Gras. Dankeschön. Oder auch nicht. Wir sollten eine Torch, eine Kohle und dann Gras. Was wir dann nicht funktionieren. Natürlich nicht. Warum auch? Für Herber. Hm. Oder muss man erst noch einen Kohle Block haben? Weil da steht Kohle oder Kohle Ore. Müssen wir da vielleicht einen Block für haben? Okay, dann haben wir jetzt auch ein bisschen was gekriegt. Okay. Ähm. Trapdoor. Kriegen wir auch noch was? Geh mal gucken. Nein. Ja, aber kriegen wir noch nicht. Alles klar. Dann, aber das ist auch Soundcoaster. Der Soundcoaster 4.2. Hm. Trapdoor. Trapdoor wird, glaube ich, aus Swywood gemacht, ne? Oder? Ne. Das ist die Pressure Plate. Äh. Wie wird nochmal eine Trapdoor gemacht? Eine Trapdoor. Trapdoor. Da ist er. Also. Okay. So. Schauen wir mal. Da sollen wir auch was rauskriegen? Ja. Auch noch nicht. Weil Holz geht noch nicht. Eine Chest Bowl geht auch nicht. Glass Block. Potion noch Weakness. Okay. Chicken. Chicken haben wir leider nicht. Soul Sand. Haben wir Soul Sand? Ja, haben wir sogar. Soul Sand sollten wir auch was rauskriegen. Ja, auch noch nicht. Dann geht die Liste ja. Ist ja phänomenal. Oder? Okay. Okay. Warte. Ich glaube, ich habe es gerade. Ja, lass mich los. Wir sollen Aqua und Victus, äh, Aqua und, äh, Aqua und, äh, Aqua und, äh, Aqua und Terra, dann kriegen wir nämlich Victus. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Ja, tatsächlich. Jetzt geht's. Trapdoor, war das hier mit jetzt? Ah, jetzt kriegen wir auch die Apiary. Und dann B-Haus leider noch nicht. Können wir da schon dran? Ne. Warum sehe ich den eigentlich nicht? Die Ochsen. Kürst erst geht leider... Oh. Ups. Ups! Aber jetzt können wir, glaube ich, hier Chests zum Beispiel. Sprucewoods. Leaves. Planks. Jetzt geht nämlich rund hier. Door leider nicht. M-E-Dölf auch noch nicht. Was ist mit den ganzen Blumen? Aber da war Pozole, okay. Du ist auch noch nicht. Du gehst jetzt. Du auch noch nicht. Cresti Livest System geht auch. Kaktus geht jetzt auch. Aber wir müssen jetzt erstmal hier die anderen Sachen machen. So, pass mal auf. Erstmal die Trapdoor zum Beispiel. Da ist er. Sehr gut. So, da können wir nämlich den, den, dieses Mortus oder Arbor Chest Bowl haben wir schon. Glas. Nein. Da können wir nämlich Vitreus. Genau. Das haben wir zwar schon, aber ist egal. Dann haben wir noch Portion of Weakness. Brauchen wir nicht. Weil eine Mortus haben wir noch nicht. Victus und Perdicius. Ist das? Any Shards. Da kriegen wir Pricantatio raus. Ja, da ist es auch. Aber wir müssen dann noch Victus und Perdicius zusammen packen. Chicken ist Volatus und Bestia. Soul Sand ist Spiritus. Was aber noch nicht geht. Weil wir da wahrscheinlich was anderes haben müssen. Das ist Mortus. Haben wir schon Predatio? Äh, hier. Dingens. Perdatio? Ah ja. Potentia? Ne, Perdicius. Haben wir das schon? Haben wir Perdicius schon? Ne, wir haben noch mal ein Perdicius. Hör mal. Wo kriegen wir denn Perdicius her? Perdicius. Ach da, klar. Äh, was war das jetzt? Victus und Perdicius. Gibt nämlich Mortus. Mortus ist Death. So haben wir jetzt. Dann können wir jetzt Chicken. Chicken können wir leider nicht. Ähm, Bestia. Das sollte aber anders auch Krieg. Sollten wir das kriegen? Was ist denn mit dem Zombie jetzt zum Beispiel? Nein. Ähm, haben wir Eier? Nein. Haben wir Federn? Federn? Geht da mit Federn vielleicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, da ist was Neues. Ah ja, und Volatus. Ach so, da ist Volatus. Aber Bestia ist da leider nicht bei gewesen. Wo kriegen wir denn Bestia? Oh, jetzt habe ich die Beine und die uns weggepackt. Ups. Ups. Wo kriegen wir denn jetzt Bestia her? Ähm. Ich guck mal kurz. Bestia. Ähm. Hm. Das habe ich schon. List of Aspects. Gucken wir mal kurz, wo wir das herkriegen. Long-Count Tomcraw 4 natürlich. Primal, nein. Compound. Ne, das wollte ich eigentlich auch nicht. Ähm. Compound Aspects. T1 müsste das ja wenn sein. Expand. Gallum. Wo ist denn hier Bestia? Ne, okay, okay. Da ist doch kein T1. Da ist Bestia. Bogen. Zum Beispiel. Innen allen Horse Arm aus Fishing Rod. In Leder ist es drin. In Chicken Beef. Blablabla. In Strings ist es auch drin. Alles klar. In Strings zum Beispiel. Das sollten wir hinkriegen. Weil Strings haben wir. Was leider nicht geht. Okay. Haben wir den. Haben wir den. Haben wir den. Was war da noch? Scheiße. Leder. Leder vielleicht. Haben wir Leder oder Spider-Eyes. Leder. Haben wir nicht. Spider. Was haben wir denn hier noch drin? Spider-Eye. Vielleicht ist er da. Auch nicht. Aber jetzt zeig ich dir noch mal sowas an. Doch jetzt. You need to understand. You need to study spirits. Aua. Oh boah. Scheiße. Man hätte auch mal ne. Hau mal ab. Warum sterb. Klar sterb ich jetzt. Mann. Scheiß Bienen ey. Ernsthaft. Ich glaube meine Dingens ist alle. Meine. Rüstung ist kaputt. Au. Au. Apiary. Eine habe ich nämlich noch. Dankeschön. So. Und weiter geht's. Ähm. Ich war bei Bestie. Immer noch. Leder. Ähm. Mh. Chicken. Habe ich leider nicht. Ein Bogen. Ein Bogen vielleicht. Aber ein Bogen. Habe ich einen Bogen? Ich habe einen Bogen. Da müssen wir natürlich jetzt ausprobieren. Auch nicht. Tja. Wo kriege ich jetzt Bestia her ne? Bestia kann man aber auch irgendwie zusammen craften. Das weiß ich. Moment. Ich habe doch so einen Rechner dafür. Ähm. Soundcraft Research Helper. Gucken wir mal. Ähm. From. Nein. 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 Search all Aspects. Bestia. Motus und Victus. Haben wir doch beide. Sollten wir eigentlich haben. Motus und Victus. Motus und Victus. Ergibt eigentlich Bestia. So. Oder ist es doch schon. Sehr gut. Und dann sollten wir eigentlich auch. Zum Beispiel Spinnenaugen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sehr gut. Warum ist denn hier noch ein Kaktus? Aha. Jetzt machen wir mal kurz pennen. Jetzt machen wir mal weiter. Bestia haben wir jetzt auch. Wolutus haben wir schon. Soul Sand kommt jetzt eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt geht. Ob Soul Sand jetzt funktioniert. Weil das steht ja nach Liste. Tatsächlich. Okay. Soul Sand haben wir. Dann kommt eigentlich Paper. Was wollen wir nicht mehr haben? Sugar Cane. Haben wir auch nicht mehr. Frech. Gadget frech hier. Zwei. Einen brauchen wir noch. Wo ist denn meine? Da. Komm Wachse. Danke. Sollen kurz mal Paper machen. Paper. Haben wir auch. Dann bräuchten wir What'n'Flesh. Davon sollten wir was haben. Sag ich doch. Haben wir. Haben wir auch. Dann kommt noch Weed. Oder Bread oder sonst irgendwas. Das ist egal. Haben wir auch. Flint. Haben wir auch. Da kommt noch ein Instrumentum raus. Sehr gut. Haben wir auch. Und dann haben wir noch Obsidian. Da kommt Tenebrä raus. So und jetzt sollten wir eigentlich alles forschen können, was wir wollen. Angeblich. Schauen wir mal. Oh. Tatsächlich. Ja. Manapool geht nicht. Okay. Cropsix auch nicht. Oh ne die. Ich glaube die ganzen Tinkers Panzer ging noch nie. Das geht auch. Haben wir schon alle. Tinkers Panzer ging nicht. Das ist noch Jungle Wood. So. Was haben wir noch hier? Ach Cropsix ging ja nicht. Die Door. Haben wir auch. Das Bett. Natürlich erstmal alles forschen hier. Enchantment Table, Auto Anvil, Gold Chest. Das haben wir schon alles. Apiaries Chest. Der Market. Die Industrial Apiary. Analyzer. ME Drive. Jawohl. So geht es doch rund hier. Die ganzen Solar Panels. Guck mal an hier, was hier abgeht. Bam, bam. Hey. Bam. So. Iron Chest. Jawohl. Die Catchies. Die ganzen Pflanzen hier. Die gehen glaube ich nicht. Aviary geht auch nicht. Doch. Das Frame Housing auf jeden Fall. Da sind noch Slabs. So. Was haben wir noch? Da hinten auch noch die ganzen Maschinen. Die müssen natürlich auch noch dran glauben. Squeezer. Centrifuge. Carpenter. Magma Crucible. Fabricator. Jawohl. Und da geht es. Diese Rund hier. Ach so. Das haben wir schon. Transparenz ist auch schon. Mein Gott. Also das gibt auf jeden Fall einige an Sachen hier. So. Das haben wir schon. Transparenz Note haben wir auch. Was ist mit dem hier? Das haben wir auch schon. Das ist Wasser. Das haben wir schon. Öde. Ich glaube jetzt haben wir fast alles. Alles was auf jeden Fall hier rumhängt. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall einige. Einiges an Zeug. Jetzt können wir auch anfangen. Pass mal auf. Wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen uns mal den ersten. Moment. Jetzt muss ich mal kurz hier mein Bildchen rüberziehen. den. So. Der erste. Den nehmen wir. Dann nehmen wir einfach. Dann ist das Gelum. Packen wir da hin. Äh. Gelum. Gelum. Dann kommt Water. Dahin. Dann haben wir Motus. Haben wir. Dann kommt AR. Das haben wir. Dann haben wir. Das da. Und. Terra. Terra. So. Eigentlich sollte das fertig sein, oder? Nö. War das nicht Terra. Doch. Der ist wohl Terra. Warum gehst du nicht? Ist das denn Wasser? Ne. Das ist was rundes. Warte mal. Das ist was rundes mit Wasser drin, oder? Ja klar. Alter. Da ist Wasser. Hä? Das ist doch nicht rund. Haben wir irgendwas rundes, wo so ein Wasser. Wie so Wasser aussieht? Ne. Ach. Der ist von. Dann ist Soundkraft 3, ne? Naja. Entschuldigung. Das geht so nicht. Dann müssen wir was anders machen. Wir müssen von. Ähm. Version 4. 2.2.0 nehmen wir uns einfach mal. Wir müssen von. Was war das jetzt? Ordo. Ist das Ordo? Ja. Ordo nach. Sensus. Von Ordo nach Sensus? Die passen eigentlich. Was ist denn das hier? Warte mal. Ähm. Ähm. Böböb. Aspects. Was haben wir denn da nochmal? Das war. Warte. Warte. Motus. Motus. Und Ordo. Motus. 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 Das heißt Motus. AR und Ordo. Das ist AR und Ordo. Weißt du, wenn ich AR da oben reinkloppe? Ja, das geht schon, aber. Bin mir herzlich wenig gerade. Vor allen Dingen, der geht auch nicht. Ne, warte mal. Ordo. Ordo ist doch. Das ist ja ein Dingens. Ne. Das ist ja egal. AR ist aber auch so einer. Das heißt, eigentlich muss ich. Ich mach das doch mit dem. Warte mal. Ich mach das mal mit dem Dingens hier. Wir müssen von Ordo, wie gesagt. Von Ordo nach Sensus. So. Steps sind wie viel? Eins, zwei, drei. Drei. Eins, zwei, drei. Find Connection. Ordo auf Motus. Auf Volatus. Auf R. Auf Sensus. Ordo auf Motus. Warte mal. Dann packen wir alles mal weg. Motus auf Volatus. Auf AR. Und fertig. So, die haben wir. Dann von Ordo nach, was ist das? Cognito. Okay. Ordo drei Connections. Ordo nach Cognito. Cognito. Da ist es. Find Connection. Instrumentum. Tellum. Ignis. Instrumentum. Oh, falsch rum. Instrumentum. Tellum. Tellum. Weil das ein Tellum nochmal. Ach, die Waffe. Okay. Hab ich das schon? Ich hab Tellum noch nicht. Ich hab Tellum noch nicht, weil ich noch keine Waffe hatte. Und das geht, glaube ich, nicht. Nein. Das ist Tinkers, Tinkers, Tinkers. Das geht alles nicht. Wir müssen ein Normales haben. Das heißt, wir brauchen mal kurz einen Stick. Und zwei Kobbel. Und dann haben wir einen Stone Sword. Genau, das ist es nämlich. Das Schwert. Das brauchen wir nämlich. So. Dann machen wir die Forschung eben fertig. So, Schwertchen, wie gesagt. Und, was war noch? Ignis. Ignis ist Feuer. So, da ist er. So. Und discovered. Juhu. Research Expertise fertig. Sehr gut. Guck mal. Guck mal an. Haben wir erledigt. Knowledge is Power. Ja. Sehr gut. No Tapping brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen. Okay, die Hangel Chess haben wir schon. Die wird gebaut mit Wood. eine Trapdoor und Perdizio, Ordo und AR. Alles klar. Das heißt aber auch, wir brauchen eine Note. Dann werde ich mich aber dann nächstes Mal darum kümmern. Denn die Folge ist schon längst wieder vorbei. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Wir sehen uns wieder nächstes Mal bei einer Runde. Be happy. Tschüssingen. Tschüssingen.